Das ist alles gut, das Gymnasium Aachen. Das ist der Hauptkorridor in unserer Schule. Von diesem Korridor brechen die kleineren Korridoren aus. Das ist eine Flashrung. Und die meisten von den anderen in der Schule sind das hier. In all diese Flashrung sind die Overhebt Reaktoren, Beamers und PCs. Das ist die Art-Area. Unsere Schule ist populär für uns. Hier sind die Arbeit von Studenten. Das ist unser Schulgarten. Hier können wir die Spalte machen. Das ist das Schulgetrock. Das ist unser Schulgarten. Wir haben die Spalte kommen. Vielen Dank. This is our gym, the police grinder hall. Here are our PE lessons. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.